Herzlich Willkommen Leute, heute geht es um das Thema Fräser. Das vorangegangene Video behandelt die Oberfräse, so ein kleiner Grundkurs, wie ich so eine Oberfräse überhaupt verwende. Aber heute geht es um die Fräser, mit den Fräsern fräsig. Das heißt, Fräser sind das wichtigste Utensil für die Oberfräse, weil ohne Fräser keine Fräser, logischerweise. Jetzt ist es so, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Fräser, aber es gibt doch 1, 2, 3, 4 wichtige Fräser. Ohne die macht im Endeffekt eine Oberfräse keinen großen Sinn und die stelle ich euch heute mal vor. Als erstes finde ich den wichtigsten Fräsen, der Nutfräser. Der sieht so aus, den gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal gibt es den mit einer Grundschneide, das ist dieses kleine Teil oben dran in der Mitte, dieser Steg. Das ist die Grundschneide. Wozu brauche ich eine Grundschneide? Eine Grundschneide brauche ich, um in ein Material einzutauchen. Das ist jetzt beispielsweise ein sehr hochwertiger Fräser mit Wendeschneidplatten. Mit Wendeschneidplatten, der hat keine Grundschneide. Das heißt, wenn ihr in Material eintauchen wollt, sprich ihr fahrt auf der Fläche oder möchtet auf der Fläche einen Ausschnitt, braucht ihr einen Fräser mit einer Grundschneide. Auch gleich noch kurz zu den zwei verschiedenen Vorteil-Nachteil zwischen diesen beiden Fräsern. Bei diesem Fräser kann ich diese Plättchen, die ja die Schneiden sind, austauschen. Der kostet mehr, der kostet glaube ich 80 Euro, gegen den der kostet glaube ich 50 Euro. Wenn der stumpf ist, kann ich ihn vielleicht nochmal nachschärfen, kostet mich wahrscheinlich auch 10 Euro. Aber irgendwann kann ich ihn einfach wegschneiden, wegschmeißen, weil eigentlich der maßhaltig ist. So ein Fräser hat ja jetzt beispielsweise in dem Fall 18 Millimeter. Schleife ich den nach, hat er nicht mehr 18 Millimeter. Bei diesem hier wechsle ich nur das Plättchen, das heißt ich mache diese zwei Schrauben raus, drehe das Plättchen um, dann habe ich wieder neun Fräser. Und diese Plättchen kosten 10 Euro oder so. Das heißt, ihr habt in der Anschaffung zwar einen teureren Fräser, allerdings ist es so, dass dann die Folgekosten geringer sind. Also das heißt, ihr müsst euch bewusst werden, fräse ich viel, würde ich euch definitiv einen Wendelschneiplatten-Nutfräser vorschlagen. Fräst ihr nicht so viel, schlage ich euch einen ganz normalen Nutfräser vor. Ganz kurz zum Thema Nut, wozu kann ich eine Nut brauchen? Beispielsweise wenn ich irgendwelche Führungen machen will oder was ihr halt braucht oder eine T-Verbindung. Ja, das passt jetzt nicht genau, aber mit einem Nut kann ich schon mal sehr viel machen. Ich kann auch beispielsweise einen Ausschnitt machen. Wozu kann so ein Ausschnitt sein? Ganz einfach, wenn ihr etwas versenken wollt in der Fläche, wie dieses Holz, dann müsst ihr eine Nut oder in dem Fall einen Falz in der Fläche machen. Und dazu kann man diese Nutfräser auch verwenden. Wo wir schon auch gleich beim nächsten Fräser bzw. der nächsten Fräsung sind, denn einen Nutfräser kann ich nicht nur verwenden, um eine Nut zu fräsen, sondern wenn ich ihn einfach nicht ganz in das Material reinlaufen lasse, kann ich mir so etwas fräsen. Das nennt sich dann Falz. Das habe ich auch erst lernen müssen, ich habe es auch mal falsch gesagt. Wozu brauche ich einen Falz? Ein Falz ist auch etwas sehr Wichtiges. Ein Falz zum Beispiel, nehmen wir an, das ist ein Korpus von einem Möbel und wir haben eine Rückwand. Dann kann ich diese Rückwand in diesen Falz einlassen. Großer Vorteil, wenn der ganze Korpus gefalzt ist und ich diese Rückwand einsetze, dann ist auch relativ gewährleistet, dass dieser Korpus nicht verzogen ist, wenn eure Rückwand gerade geschnitten ist. Also einen Falz mache ich sehr oft, liebe ich, kann man wirklich ganz, ganz, ganz oft brauchen, auch etwas, was man mit der Oberfräse und einem Nutfräser sehr gut kann. So, nächste und die Agenda haben wir einen Abrundfräser. Der schaut folgendermaßen aus und zwar so, fokussiere mal, danke. Der macht mir eine Rundung. Wozu brauche ich eine Rundung? Na ja, könnt ihr euch anschauen, das ist beides mit dem gleichen Fräser. Hier, wir haben links, in eurem Fall rechts einmal, eine Rundung. Mache ich mit dem gleichen Fräser, fahre ich den höher, habe ich einen Absatz. Was kann ich mit diesem Absatz machen? Na ja, wenn ich ein Gesimse baue, beispielsweise von Schränken obendran, wir stellen uns jetzt einfach vor, da hört der Schrank auf, dann habe ich eine sehr schöne Zierkante. Da kommen wir nachher noch gleich drauf. Das kann ich mit so einem Abrundfräser beispielsweise auch machen. Wozu brauche ich einen Abrundfräser sonst? Na ja, wenn ihr Kanten abrunden wollt, die man anfasst, dann fasst sich das gemütlicher an. Diese Abrundfräser, genauso wie diese Nutfräser, gibt es in unglaublich vielen Abstufen. Also ihr kriegt Abrundfräser bis, keine Ahnung, wie groß und Nutfräser von wie groß bis wie klein. Da müsst ihr einfach mal suchen, je nachdem, was ihr benötigt. Als nächstes haben wir einen V-Nutfräser, der macht solch eine Fräsung. Wozu kann ich so etwas brauchen? Ganz einfach, wenn ihr Schriften fräst in Holz, kann ich dieses sehr, sehr gut nehmen. Der ist jetzt stumpf oben, den gibt es auch mit Spitze. Das müsst ihr entscheiden, wie die Schrift besser ausschaut. Ich habe mit dem noch nicht gearbeitet, werde ich aber demnächst. Das ist auch, ja, wichtig nicht, aber ein Fräser, mit dem man sehr coole Geschichten machen kann. Als nächstes kommen dann so ein bisschen so Exoten. Da haben wir hier einmal einen Phasenfräser. Der fräst mir eine 45-Grad-Phase hin. Schaut dann so aus der Fräser. Dieser Fräser hat hier ein Kugellager, wie ihr seht. Wozu ist das? Ganz einfach. Wenn ihr mit dem Material hier entlang fahrt, seht ihr schon, das Kugellager dreht sich mit. Das ist dafür da. Wenn das Kugellager nicht da wäre, dann würde sich, ich drehe es jetzt mal um, ja, dann würde sich dieser Schaft an diesem Material drehen. Und es kann sein, dass ihr dann Verbrennungen habt. Deswegen sind an hochwertigeren Kugelfräsern hier, ist ein Kugellager dran. An hochwertigen Kugelfräsen sag ich schon. An hochwertigen Fräsen ein Kugellager dran, dass das nicht passiert. Hier haben wir dann was ganz Spezielles. Das nennt sich T-Nut. Wozu brauche ich solch eine T-Nut? Ganz einfach. In solch eine T-Nut passt eine Schraube rein. Und so kann ich mir Halterungen bauen, bei denen ich etwas auf einer Fläche festspanne. Das ist auch ein sehr, sehr guter Fräser, so ein T-Nut-Fräser. Denn so T-Nutschienen, da kann der Meter schon mal 13 Euro kosten. Und so ein T-Nut-Fräser kriegt ihr schon für 30, 40 Euro. Und damit könnt ihr einige Meter T-Nuten fräsen und euch solche Halterungen bauen. Praktisches Anwendungsbeispiel. Dieser Anschlag hier. Hier oben ist eine T-Nut drin. Das ist an meiner Kreissäge einfach ein Anschlag. Den ziehe ich fest. Und dann kann ich hier wiederholgenau Schnitte machen. Ich habe diesmal keine Mutter verwendet oder keine Schraube, sondern dieses Plättchen, welches hier ganz genau reinpasst. Das seht ihr gleich. Das Plättchen passt jetzt hier rein. Und dann kann ich hier oben diese Schraube anziehen. Das zieht das Plättchen gegen die Unterkante von dieser T-Nut. Und dieses Teil ist dann auch wirklich fest. T-Nut-Fräse, also wichtige Sache. Ich brauche ihn nicht oft, aber ich spare mir damit einfach Geld. Wenn ich T-Nuten brauche, habe ich dieses Ding einfach da. Next on the agenda, Bündig-Fräse. Ihr habt Bündig-Fräse mit Kugellager oben und mit Kugellager unten. Wozu brauche ich jetzt Kugellager oben und wozu brauche ich jetzt Kugellager unten? Ich kann euch jetzt natürlich jeden Anwendungsfall zeigen. Allerdings kann ich euch mal so einen typischen Anwendungsfall zeigen, wie ich ihn oft habe. Ich habe jetzt hier einen Fräser eingespannt. Der hat das Kugellager oben. Man verwechselt das gerne. Oben ist immer oben am Fräser. Er ist ja hier eingespannt. Also ist das oben und das ist unten. Nur, dass ich mich verwirrte, das auch immer. Also hier habe ich den Fräser jetzt oder das Kugellager oben. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie so ein Bündig-Fräser funktioniert, damit ihr das auch versteht. Dieser Bündig-Fräser hat hier ein Kugellager. Das Kugellager ist genau auf der gleichen Höhe wie diese Schneide. Heißt, wenn dieser Fräser jetzt drehen würde und ich dieses Material hier entlang fahre, fährt dieses Material an diesem Kugellager entlang. Das heißt, hier würde es nichts abnehmen. Steht jetzt etwas über diese Kante hinaus, ja, wenn das jetzt unsere Schablone ist, die auf der Höhe des Kugellagers ist, und ich mache jetzt hier eine Platte drauf und möchte das bündig fräsen, dann wird von diesem Fräser alles abgenommen, was über diese Kante hinausragt. Dieses Kugellager tastet ja diese Kante ab. Ob diese Kante jetzt rund ist, geschwungen, das spielt keine Rolle, solange sie diesen Fräser abtastet. Wenn ich jetzt also mal, ich mache jetzt mal eine Fräsung. Ihr seht, dieser Fräser hat das jetzt gleich abgefräst, denn er ist diese untere Kante abgefahren. Das oben ist jetzt perfekt mit dieser unteren Kante bündig. Deswegen heißt es auch Bündigfräser. Jetzt gibt es natürlich noch Kugellager oben. Das würde in diesem Fall auch gehen. Allerdings gibt es Anwendungsfälle, also es ist eine Gemütlichkeitssache. Ich hatte beispielsweise schon eine große Platte, wo ich eine Rundung hinfräsen wollte. Da habe ich dann die Musterplatte genommen. Also die Platte hat den Radius. Den habe ich auf die Platte draufgespannt. Musste ich aber unten machen, weil ich nur den hatte. Das heißt, ich musste dann das draufspannen. Also es gibt einfach Anwendungsfälle, wo man oben und unten braucht. Ich sage euch aber, wenn ihr euch entscheiden würdet, würde ich einen kaufen mit, schwierig zu sagen, ich würde einen mit Kugellager oben kaufen als ersten Fräser. Mit dem könnt ihr was machen, was ihr mit dem nicht könnt. Und das zeige ich euch jetzt. So, angenommen ihr habt jetzt eine Schablone. Wir nehmen jetzt mal an, das ist unsere Schablone. Diesen Kreis möchte ich auf mehrere Materialien übertragen. Das heißt, das ist jetzt mein Material, wo ich angenommen, möchte ich jetzt mehrere Ausschnitte machen oder einfach Kreisvertiefungen. Nehme ich jetzt diesen Fräser mit Kugellager unten, kann ich nicht eintauchen, weil der unten keine Grundschneide hat. Nehme ich jetzt aber diesen Fräser, der unten eine Grundschneide hat, kann ich eintauchen. In diesem Fall mit dem Fräser, in diesem Setup, könnte ich jetzt nur einen kreisrunden Ausschnitt übertragen. Mache ich das Material aber höher, dann könnte ich sogar bestimmen, wie tief ich runtergehe. Also das ist immer eine Sache von, das Kugellager muss eine Schablone ablaufen. Ihr könnt damit auch noch komplexere Formen machen, Vierecke. Natürlich, die Ecken müsst ihr dann ausstemmen mit dem Stemmeisen. Aber das wird das kleinste Problem sein, wenn ihr so einen großen Ausschnitt braucht, dass ihr dann die Ecken noch mit einem Stemmeisen macht. Also das ist sehr, sehr gut zum Schablonenarbeiten, dieser Bündigfräser. Den kann man sehr oft brauchen, auch wenn man, wie ich, mal schlampig ist. Man baut sich jetzt beispielsweise wie hier einen Korpus, lässt die obere Platte, wenn es auf Stoß ist, bewusst ein bisschen überstehen. Einmal Bündigfräser und das ist wirklich perfekt. Habe ich früher zum Beispiel oft gemacht, als ich noch keine Tischkreissäge hatte und nur eine Oberfräse, habe ich immer schlampig, oder halt, was ist schlampig, habe ich so gearbeitet, dass die Platte weiter raus steht. Bündigfräser einmal drüber, weil man mit der Stichsäge halt keinen geraden Schnitt machen kann. Ich hatte früher nur eine Stichsäge. Oberfräse, Bündigfräser einmal drüber und das war eine perfekte Kante. So könnt ihr ein bisschen cheaten, wenn ihr keine Kreissäge habt. Hier also nochmal alle Fräser. Wir hatten den T-Nutfräser mit der Schraube, bei dem wir dann auf Flächen was festspannen können. Wir hatten den Phasenfräser, wir hatten den Profilfräser, den es übrigens in unglaublich vielen Varianten gibt, für was-s-ich-was-alles. V-Nutfräser, Abrundfräser, Nutfräser, den ich als Bündigfräser, beziehungsweise, ja gut, das ist ein Nutfräser mit Kugellager. Also das ist im Endeffekt so eine eierliegende Wolkenmilchsau. Mit der kann ich Falze, Nuten und Bündig, sowas kann ich euch auch empfehlen, wo wir auch schon beim Thema sind. Was kann ich euch denn so als Grundausstattung empfehlen? Also generell empfehlen kann ich euch, es kommt auf euren Geldbeutel an. Ich würde euch nicht empfehlen, euch so billige Schrottfräser zu kaufen. Kauft euch einmal vernünftige Fräser, die kosten vielleicht ein paar Euro, aber die halten auch lang. Ich empfehle euch die Fräser von ENT. Warum? Weil ich einfach mit ENT zusammenarbeite. Es gibt auch noch andere gute Fräser, ganz klar. Allerdings sind ENT im Preis wirklich fair und sehr, sehr gut. Also ich kann nur so viel verraten, Festool hat keine besseren Fräser. Das weiß ich auch, ich könnte das auch begründen, mache ich aber nicht, weil das Insights wären. Aber ich kann euch versprechen, Festool Fräser sind nicht besser. Also nochmal, ich würde euch empfehlen, kauft euch einen großen Nutfräser, denn damit könnt ihr viel Material abtragen, beispielsweise Falze. Dann vielleicht noch einen kleineren Nutfräser, wenn ihr kleinere Nuten machen wollt. Dann einen Abrundfräser, würde ich euch auch empfehlen, so 5 mm würde ich euch empfehlen. Da macht ihr kleine Rundungen, gerade wenn ihr Griffe baut oder sowas, fühlt sich das recht gut an. Das wäre so die Grundausstattung, die ich euch empfehlen würde. Wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Geld übrig habt, würde ich euch einen Bündigfräser vorschlagen. Je nachdem, wie gesagt, wie viel ihr fräst, entweder mit Wändeschneidplatten oder ohne. Allerdings einen Bündigfräser, wenn ihr das Ding richtig benutzt, ihr werdet dieses Ding wirklich lieben. Das war es von meiner Seite, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die bitte in die Kommentare. Es gibt natürlich noch tausend andere Leute, die viel, viel mehr wissen als ich. Vielleicht helfen die euch und geben euch ein paar Tipps noch. Ansonsten würde ich euch bitten, im Let's Bastel Forum mal nachzufragen. Da gibt es auch ganz viele Leute, die unglaublich viel Ahnung haben und die sich wirklich freuen, euch Tipps geben zu dürfen. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, als Danke zu sagen, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht es gut. Bis die Tage. Servus. Mike Schreiberyt chantet. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.